moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch zeigen wie ihr unter die map kommt und zwar gibt es hierfür eine neue methode die für den einen oder anderen vielleicht etwas einfach ist als die davor und wenn wir dann unter der map sind dann zeige ich euch wo ihr die zombies versammeln könnt und dann zeige ich euch auch noch mal ein spot wo ihr die pflanze wirklich sehr einfach so dass jeder es schafft unendlich platzieren könnt und komplett afk gehen könnt leute so kommen wir nun zum glitsch als erstes nimmt euch teams mit je mehr umso besser ich habe jetzt in diesem video fünf teams und ihr werdet gleich auch sehen dass ich alle verbrauchen werde so jetzt spielt so bis runde 78 oder so wo die zombies halt ein bisschen schneller sind und lasst dann ein zombie am leben danach müsst ihr euch hier hinlegen leute da wo ich jetzt hingucke also merkt euch den spot hier müsst ihr gleich hinlegen am besten so wie ich ihr dürft nicht zu weit nach rechts und dann schaut so ein bisschen nach links auch weil an dieser stelle brauchen wir dann den zombie so jetzt zeige ich euch das ganze mit zombie doch holt euch lieber vorher noch einmal den jugger und den quick revive damit ihr da ein bisschen mehr luft habt und es ein bisschen einfacher geht so dann nimmt den zombie leute bringt den hinter euch legt den hier hin wie ich jetzt müsst ihr die taste um nach vorne zu laufen gedrückt halten also immer nach vorne laufen und gleichzeitig müsst ihr aufstehen und ducken wenn ihr nicht aufstehen könnt dann guckt so ein bisschen weiter nach links wie ich und dann solltet ihr spammen und irgendwann könnt ihr dann aufstehen leute und vergesst natürlich nicht eure simshot zu aktivieren damit ihr nicht down geht also nach vorne laufen die ducken taste und hinlegen taste gleichzeitig drücken wenn ihr das dann richtig macht dann steht ihr einmal so auf und wenn ihr euch dann wieder hinlegt leute fallt ihr unter die map wenn ihr nicht direkt unter die map fallt dann spend weiter du können und hinlegen bis sie dann runter fallt wenn ihr dann hier unten seid dann müsst ihr so ein bisschen zur seite laufen und hier runter fallen so wie ich es tue leute macht mir nach wenn ihr dann hier unten seid könnt ihr hier die zombies versammeln indem ihr einfach dabei der gallo einmal springt dann versammeln sie sich da oder ihr stellt euch hierhin leute bei der munitionskiste dann kommen die zombies nach hier und ihr könnt hier nebenbei eure munition auffüllen falls ihr euch entscheidet den strom einzuschalten und eure waffe zu punchen bevor ihr hier reingeht könnt ihr dann hier zum beispiel eure waffen level ich zeige euch auch noch mal wie ihr hier jugger bekommt und zwar geht ihr hier zu dieser wand so seitlich dahin dann klettert ihr einmal hoch und dann könnt ihr hier auch den jugger noch holen falls ihr keinen jugger mehr habt warum auch immer oder ohne jugger hier reingegangen seid für all die die jetzt den unendlich gift pflanzen glitch machen wollen ich habe es auch hier unter der map probiert leute habt die zombies über mir versammelt habe eine horde gemacht dann habe ich versucht zu aktivieren aber da ist keine platzierung möglich dann bin ich noch mal zu einem anderen pileup spot gegangen hier und zwar neben dem felsen weil der ist noch ein bisschen näher zum boden und habe es dort noch mal versucht aber das einzige was hier passiert ist ist dass die gift pflanze einfach unter den zombies platziert wurde also hat es auch nicht geklappt und ich habe gar kein zombie damit getötet wenn ihr jetzt nun den gift pflanzen glitch machen wollt zu diesem spot wollt müsst ihr vorher bevor ihr unter die map geht in die krankenstation gehen und die tür am ende aufkaufen weil wenn ihr das nicht macht dann sterbt ihr unter der map bzw da ist dann eine barriere wodurch die schaden bekommt und dann am ende sterben solltet ich werde euch auch noch mal zeigen wie das aussieht am ende wenn ihr dann die tür aufgemacht habt und unter die map gegangen seid dann solltet ihr auch eure heilerrohr haben ich würde es euch empfehlen auf stufe 5 falls ihr das nicht habt noch ein paar stims mit dann guckt auf die karte wo ich stehe leute stellt euch auch so hin weil das ist wichtig ihr könnt ihr sonst unter die map fallen also stellt euch so hin wie ich schaut dort hin wo ich hin schaue hier zu diesem fenster bei mir sieht man das vielleicht jetzt nicht so gut weil ich meine grafik settings ganz unten habe und wenn ihr dann so steht dann läuft so ganz langsam nach vorne und folgt dem weg den ich folge also ganz langsam nach vorne dann fallt ihr runter leute und bekommt damage jetzt aktiviert eure heilaura legt euch hier links in der ecke hin und kriegt hier komplett nach links in diesem video habe ich die tür nicht aufgemacht in der krankenstation und ihr seht ich bekomme weiter schaden das ist der grund warum ihr die tür auf macht und jetzt zeige ich euch wie das aussieht wenn ihr die tür aufgemacht habt in der krankenstation hierfür gehen wir erstmal wieder unter die map und diesmal nehme ich den anderen spot um euch den auch noch mal zu zeigen den könnt ihr auch mit stims kombinieren geht hier in die ecke leute lauft nach vorne und spammt die ducken und hinlegen taste am besten dann wenn der zombie euch trifft ich bin jetzt hier in die map reingebackt ihr könnt auch direkt runter fallen oder ihr backt halt so in die map so wie ich dann tötet einfach den zombie leute und legt euch wieder hin also spammt hinlegen und ducken dann fallt ihr hier runter so jetzt gehen wir wieder in den spot rein ihr braucht natürlich wieder heilaura und jetzt gehen wir wieder in den spot rein hierzu lauft ihr wieder an diese stelle wo ich hinlaufe schaut hier zum fenster dann müsst ihr langsam nach vorne so dass ihr runter fallt also passt auf leute denn ihr müsst ihr bisschen weiter runter fallen nicht so wie ich jetzt ich habe mein heilaura jetzt aktiviert weil ich zu viel damage bekommen und bin dann noch weiter nach rechts so dass ich runter gefallen bin dann habe ich mich unten hingelegt und bin ganz nach vorne links in die ecke so was ihr hier jetzt machen müsst ist ihr wartet bis die zombies einer ganzen runde kommen dann aktiviert ihr die gepflanze ich zeige euch wie das aussieht wenn das nicht geklappt hat und danach wie das aussieht wenn es geklappt hat in diesem clip platziere ich die gepflanze falsch denn sie tötet die zombies nacheinander und nicht alle auf einmal denn sie war nicht ganz mittig und jetzt zeige ich euch wie ihr euch hinstellen müsst damit die gepflanze jeden trifft übrigens leute kann es sein dass sie hier auch mal zwischendurch von den zombies hits bekommt falls es der fall sein sollte geht ein paar schritte zurück regeneriert euch und geht wieder nach vorne und versammelt alle zombies nun guckt dorthin wo ich hinschaue leute und dann aktiviert eine gepflanze und dann sollte sie alle zombies erwischen und die sollten auch alle sterben ich zeige euch das mal ich aktiviere meine gepflanze jetzt und jetzt sterben alle zombies und die gepflanze wird dann dort bleiben falls ihr euch fragt wie hat er denn jetzt die gepflanze bekommt er hatte doch vorher heilaura dann müsst ihr einfach auf options drücken leute irgendeine klasse auswählen wurde die pflanze ausgerüstet ist und danach wechselt ihr zu der klasse und ihr habt instant die neue feld aufrüstung drin als nächstes leute geht hier komplett nach hinten in die ecke so wie ich dann auch so ein kleines stückchen nach vorne so bis ihr etwas höher kommt so ihr merkt das auch schon euer charakter geht so etwas höher also geht in die ecke lauf nach vorne wie ihr seht bin ich etwas höher jetzt dreht euch um und dann legt euch hin leute wenn ihr dann so liegt dann sollte euch auf jeden fall überhaupt nichts passieren und ihr könnt wirklich komplett afk gehen und so in high runs pushen so das war es dann auch mit dem video ich hoffe euch hat das video gefallen falls es ja schreibt mir doch in die kommentare lasst ein like da und für all die die noch kein abo bei mir haben können das an dieser stelle gerne ändern dann würde ich mal sagen bis zum nächsten video oder zum nächsten stream tschau